So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Letztes Mal haben wir die West-Mission, äh, Ost-Mission abgeschlossen und aufweise freigeschaltet. Also, vor allem gibt es jetzt ganz viele Nebenmissionen wieder neue. Ah, weil es neue, neue, neue wahrscheinlich Elementartrainings gibt. Okay, ich verstehe. Ah, ich verstehe, die haben sich damit freigeschaltet. Gut, wir lösen erstmal ganz viel Zeug aus, was wir haben. Na, das können wir jetzt erstmal alles durchgehen. Einfach blind durchspringen, weil wir es können. Ist ja egal, in welcher Reihenfolge. Wir haben, was wir haben und wir setzen uns einfach ein. Jo, alles klar. Hier das Nächste. Jawohl. Zweite Angriffsleiste, auch die ist wichtig. Antifeuerhelm kommt mit dazu, was und wer ich damit soll. Da hört schon wieder auf, ein Rüstungskürbis. Aber den können wir kaufen. Wir brauchen zehn Stück. Hier gibt es immer drei. Ah, ich habe nichts gesagt. Perfekt. Gleich einfach alle gekauft. Optimal. So kann es weitergehen. Dann haben wir das. Jawohl. So. Ähm. Dann hier unten wahrscheinlich ganz viel Sidon-Zeug. Genau. Ich bin noch stärker geworden. Das bist du. Mehr Sidon. Oder auch Mifa. Oh, Mifa-Spezialangriffsleiste. Plus eins. Ist auch super wichtig. Ab dafür. Ab dafür. Ah, Varuta wird stärker. Dafür brauche ich die, die, die Bären-Dinger da. Wo gibt es die? Ja, aktuell leider nirgends. Schade. Aber ich sehe da den Sternblink. Ah, nee, das ist der. Das ist das Kochding. Wunderbar! Paella. Okay, aber dann geht das aktuell nicht. Das gibt es aber auch nirgends zu kaufen. Aber es gibt auch, es gibt auch tatsächlich keine Mission, wo das, hä? Da blinkt überhaupt nichts, wo das herkommen könnte. Oder bin ich einfach nur blind? Da blinkt nix, ne? Nee, da blinkt nix. Okay, ich lasse es mal ausgerüstet. Auf den Sensor. Jawohl. Was haben wir hier noch? Das können wir kaufen. Hey! Ah, perfekt. Nehmen wir gleich alle. Brauchen zwar nur fünf, aber dann nehmen wir alle mit. Überlass den nächsten Kampf einfach mir! Brauchen wir bestimmt wieder. Mach ich, mach ich, Sidon. Mach ich. Alles easy. Da blinkt was. Ein fantastisches Resultat. Adia, ein Topf. Und hier haben wir immer noch die Flügeldinger. Und die reichen immer noch nicht aus. Da muss ich mehr von den Flügeldingern besiegen. Ach, es ist ein Graus. Na gut, dann nehmen wir die wieder raus. Okay. Wo haben wir jetzt noch was? Außer hier sind ganz viele Missionen. Die gehen wir gleich durch. Stück für Stück. Da ist auch ne neue Mission aufgetaucht. Das sind alles nur Missionen. Das ist alles nichts, was ich jetzt zum Freischalten habe. Okay. Dann denke ich, sind wir freischalttechnisch schon wieder durch. Das geht nach wie vor nicht, weil uns da immer noch zwei Läunen fehlen. Bis in Ordnung. Das hier. Ah, das könnte man kriegen. Die Kürbisse könnte man kriegen. Ne. Kein Shop. Kein Shop, wo es diese Kürbisse gerade gibt. Na gut. Vielleicht nach der nächsten Mission. Okay, ich lasse es mal drin im Sensor, weil, äh, warum nicht? Dann weiß ich, wenn ich irgendwo was kaufen kann. Dann gehen wir jetzt, äh, ja, gehen mal dahin, wo ihr euch zeigt als erstes. Ist ja egal. Unobus Training. Okay. Legen wir mit Unobus los. Und schauen mal, was er drauf hat. Vielleicht mal wieder ein Charakter, der sich angenehm steuert. Wir werden sehen. Ist der Schutz vor Bomben vollständig aufgeladen, kann er in Explosionskraft umgewandelt werden, die Explosionen verursachen der Angriffe verstärkt. Ah, ja. Wie auch immer man den auflädt. Drücke ZR, um ein Felsenfilet zu essen. Dies offenbart eine von drei Schirmkräften. Führe eine mit ihr korrespondierenden, starken Angriffe aus, um diesen zu stärken. Ah, ja. Führst du Angriffe mit Fels oder Steinen aus, vergrößert sich der Angriffsbereich dank der von Darung geerbten Macht des undurchdringlichen Schutzes. Dank des Schutzes der Stachel im Angriffsbereich wachsen lässt. Was? Okay. Erhöhnt sich bei deinen Rollattacken Rotationsgeschwindigkeit und Dauer. Ah, ja. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob es da Crocs gibt, aber wird schon nicht. So, ich verspeise mal dein Felsenfilet, so wie er es mir vorschlägt. Komm. Und jetzt gibt es einen starken Angriff hier ins Gesicht. Jawohl. Gleich nochmal. Und starker Angriff. Ah, hat dich getraut. Habe ich verhaut. Jetzt. Zack. Zack, 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 zack. Easy. Awa. Hey, start it. Hey, start it. Oh, dear. Oh, shit. Bam. Haben wir Okay Ja, er spielt sich Er spielt sich normal, insofern passt es schon Hui Oh lol Alles klar Hier ist nix weiter, okay Ah, ich hätte gucken sollen, ob es ein Sprott Dixi gibt Aber zu spät, wie gesagt Moin Oh, da sind ganze Eisfläche, das ist auch cool. Und tschüss. Machen wir aber ein bisschen Zorgen, um die Zeit muss ich gestehen. Aber vielleicht kommen noch so viele Gegner, dass es dann doch wieder recht fix geht. Ja, wir müssen jetzt ja noch mehr nachkommen, sonst würde es ja nicht funktionieren. Nein, gut, wir brauchen noch 200. Ja, das sollte schon noch funktionieren. Jetzt kommen ja noch mehr nach. Ja, ist okay. Ist in Ordnung, ich habe nichts gesagt. Äh, falsche Richtung, toll. Mensch, schau durch die... Ja, okay. Okay. Ja, jetzt sind wir schon bei nur noch 100. Das war, äh, das ist schnell eskaliert, ne? Komm, machen wir noch einen. Ins Gesicht zurück. Oh, ich kann das wechseln. Ah, ich verstehe. Je nachdem, was ich esse, sozusagen. Zack. Zack. Ach, Kopfschot. Ach, Kopfschot. Das ist doch die Zeit, ach. Aber das ist jetzt... Das reicht, das baut hin. 95. Und Abflug. Easy. Wehe, hier gab es einen Krog. Ich raste aus, wenn ich das nochmal machen muss. Wehe, hier gab es einen Krog. Ich muss vorher auf die Karte gucken. Es ist furchtbar. Ich lerne es halt nicht, ne? Komm schon, kein Krog. Kein Krog. Komm schon. Komm schon. Please. Please, kein Krog. Neue Missionen sogar. Nicht nur Dings zum Freischalten, sondern Missionen. So, wo war das jetzt? Da. Okay, kein Krog. Danke. Huh. Gleich drüber ist die nächste Mission. Blitzspezialtraining schwer. Da gehen wir rein. Das jetzt natürlich wieder mit Linky. Ganz klar. Huh. Huh. So sehe ich das auch. Auf geht's. Ach, ich habe nicht auf die Shops geguckt. Ist egal. Zu spät. To light. Tolate. Gerüche. Es soll Geiste in der Gestalt von Hasen geben, die in blau-weißem Licht erstrahlen. Ach so, das sind die Dinger. Ja. Auf geht's. Ein Blitzwächter. Das ist ja auch sehr... Mauer. Aber da hinten ist da nicht viel aus. Hat halt nur das Element Blitz, das ist alles. Noch ein Blitzwächter. Der soll kommen. Tschüss. Das war nicht ganz, was ich treffen wollte. Das war, was ich treffen wollte. Ja. Ach komm, ich dachte, ich treffe ihn. Jetzt. Noch einer. Ach komm. So, Abflug mit dir. Und dann ist der Nächste schon in der Reihe. Jawohl. Schon ganz gut geduldig aufgetaucht. Will auch noch aufs Maul bekommen. Kannst du haben. Gar kein Problem. Oh, oh. Ich trenne den halt nicht. Schlechter, Conan. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so schlecht zielen? Ach komm. Okay, aus der Ferne ist es einfacher. Ah, komm, egal. Oh, äh, der schießt da durch. Okay. Okay. Jetzt sag mal. So, weg mit dir auch noch. Das war schon mal der erste Teil. Ein Blitz, Leute. Au. Jo, der ist aber richtig eingeschossen gekommen jetzt, oder? Sick. Ah. Nice. Nice. Zack. Eis? Ah, schade. Aber man hat jetzt immer weniger Zeit zu regieren. Aua. Bomben ins Ge- Nein. Aaaaah. Ich komm nicht weg. Alda. Junge. Gärze. Äääh. Bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Ich bin jetzt so lang. Der, die, die Quick-Time-Events, nenne ich sie jetzt mal, werden immer kürzer. Das ist krass. Sehr gut. Yes. Einmal noch. Aber ich sollte vielleicht mal hier den hier einsetzen. Ja, das ist schon wichtig. Sehr gut. Mehr mit Magie-Sterben arbeiten. Und jetzt Eis. Jetzt passt die Geschichte. Komm. Yes. Huh. Ei, 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 ei. Okay, das war immer noch nicht die ganze Mission. Was kommt denn jetzt noch? Ja, wahrscheinlich. Okay, die, die Schwermissionen bei den Elementen sind dann nochmal die Flüche. Da bin ich ja gar nicht dafür. Ja. Ja. Au, 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 au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist ja in Ordnung. Au, au, au. Au, au, au. Ey, fünf Minuten Zeit für den. Yo. Chill. Komm schon. Yes. Zack. Boah, halt die Flasen, ne? Es ist Wahnsinn. Ach, nee, jetzt macht ihr die Kacke. Okay. 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 Alla. So, das dürfte effizient sein. Yes. Das muss sowas von schmettern. Nice. Der war gut, der, der Angriff. Also mehr mit dem Spaß hier arbeiten. Hier. Wozu haben wir's denn? Jawoll. Und Abflug, mein Freund. Und Abflug. Puh. Gut, das war das Blitz-Spezial-Training. Nice. Okay. Leider nichts mit coolen EP. Aber hey, was soll's. Weg. Weg. Ach, scheiß, doch einfach. Weg. Ah. Ah, nee, EP in der Schlacht plus 3% ist was anderes. Okay. Wee. Okay, das war die Blitz, das Blitz-Training. Das gibt's dann jetzt noch in Feuer, Wasser und Wind. Eui, 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 eui. Ja, das war die Nummer. Okay. Ich würde gern noch das Cidon-Training machen. Ich weiß halt nicht, wo es ist, aber ich würde gern noch das Cidon... Achso, haben wir im Moment... Ah, siehste? Genau das war, was ich hier vorn vergessen hatte. Na, wir können jetzt Sachen kaufen. Jetzt gibt's hier nämlich die Übe. Jawoll. Das dauert zwar lange, bis wir die haben, vollständig. Ich glaub, 20 Stück brauchte ich. Aber ist ja erstmal wurscht. Wir kaufen, was wir kriegen können. Wasser! Ah, perfekt. Das dürften alles sein, die wir brauchen. Mal gucken. Jawoll. Hier geht jetzt... Ne, da brauche ich noch sechs Stück. Das da geht jetzt. Genau. Überlass den nächsten Kampf einfach mir. Okay. Ich nehm dich beim Wort, Cidon, weil du bist jetzt auch im Training dran. Ach, guck mal. Das hier geht auch noch. Entschuldigung. Jetzt kann ich noch mehr schaffen! Na, freu dich doch. So, wo ist Cidons Training? Unobas Mutprobe gibt's auch noch. Okay, das ist wieder was anderes. Wo ist Cidons Training? Da ist Cidons Training. Perfekt. Genau, das hab ich gesucht. Kein Krog. Einfach rein... in die Geschichte. Dann schauen wir uns noch Cidons Steuerung an. Drücke während eines starken Angriffs im richtigen Moment ZR, um dich anzuspornen. So kannst du deine Attacken stärken. Oh je, okay. Der Motivationskünstler hier... Ach so. Ach so. Das war's schon zu Cidon. Ja, moin. Das war ja viel von Cidon. Okay. Alter. Gefällt's euch! Sick. Das sah natürlich ja nicht nach dem richtigen Zeitpunkt aus, aber ist egal. Das war vielleicht der richtige Angriff. Keine Ahnung. Aber okay. Ich drücke einfach ein paar Mal ZR und dann ist der Pool. Jawohl. Verstand. Okay. Da kommt ne ganze Horde. Da werden wir gleich mal mit der A-Attacke reingehen. Jawohl. Yo. Das war ne cool Attacke. Ja, den gefällt's total. Okay, hier ist ne richtige Beute. Hier. Gefällt's euch? Keine Gnade. Zack. Aua. Ach so. Ui. Ui. Der Sieg ist bei. Ja, gefällt's euch? Dieses Voice-Acting, grandios. Okay, noch 25. Ist ja gut, ja, ihnen gefällt's total. Ich könnte gar nichts besseres vorstellen. So, das war die Nummer. Wo ist der Eismoblin? Dahinten. Genau so ist es. Ach, da kommt er schon. Moin. Ist es dein Ernst, dass er jetzt ausgewichen ist? Ah, ich hab ihn noch erwischt. Ja, auch so besser. Ich hab gedacht, ich hab verfehlt. Zack. Au. Und tschüss. Gut. Das war das. Damit haben wir die Charaktere auch ein bisschen kennengelernt. Okay. Kann ich wieder Rüstungskörbis, äh, nicht Rüstungs-Maxi rüberkaufen? Ich hoffe doch, ja. Oh, erstmal schaltet sich was Neues frei. Ah, ja. Ah, ja. Moin. Ja, moin. Auch schön. Zu Mifa. Okay, also sowas ähnliches. Alles klar. Ähm. Ne. Ah, doch, da kann ich kaufen. Jawoll. Reicht aber immer noch nicht. Wunderschöne Geräusche gibst du von dir. Echt. Okay. Ähm. Öffnung des... Oh, das ist was ganz was Neues. Da gibt's Krox-Samen für. Okay. Das ist was ganz Neues. Das müssen wir auch noch machen. Okay. Gehen wir mal kurz durch, was es für die Missionen gibt. Genau. Echt. Spezialtraining ist klar. Eskorte für den Orni-Besucher. Okay. Da ist auch wieder was Neues. Aha, okay. Jetzt... Ach, jetzt bekommt jeder Charakter nochmal eine eigene kleine Mission. Ich verstehe. Wenn sie dann von den neuen Charakteren bekommt eine eigene kleine Mission. Ergibt Sinn. Ich hab gedacht, ich finde jetzt auch noch das Feuertraining und so. Aber ist... Da ist scheinbar noch gar keins. Okay. Dann kommt es erst später. Okay. Verstehe. 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 Ah ne. Nevermind. Da ist Feuer-Spezial-Training. Dann muss es doch auch das Wasser-Spezial-Training schon geben. Kann ich das übersehen? Unubomutprobe. Zum Mifa. Wo ist das Wasser? Spezial-Training. Na vielleicht taucht das wirklich erst später auf. Möglich ist alles. Okay. Dann würde ich aber sagen, reicht für den Part. Nächstes Mal mehr Nebenmissionen. Ihr seht, es gibt doch jetzt viel, viel, viel zu tun. Sehr viel. Nur ich schlafe gleich ein. Deswegen muss ich jetzt dringend... Habe ich irgendwas von Luft-Spezial-Training gesagt? Das ist natürlich Quatsch. Eis-Spezial-Training. Deswegen muss ich jetzt aber dringend schlafen gehen. Ich wünsche euch was. Gebt dem Part gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal und so weiter. Blablablub. Wir hören uns beim nächsten Mal. Äh. Doch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss. 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 Tschüss.